Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Monaco Deluxe. Ja, wie ihr wisst ist montags... Happy Monday! Ja, montags freuen wir uns, denn unter allen Abonnenten verlosen wir tolle Preise hier auf Monaco Deluxe. Und ja, was es heute ist? Ein gutes Paket. Was genau? Wir schauen einfach mal rein. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Ein volles, großes Paket von Dr. Slim. Ja, für alle die, die jetzt zur Wintersaison in der Figur arbeiten wollen, nach dem Oktoberfest sozusagen, haben wir von Dr. Slim ein Hammerpaket für drei glückliche Gewinner. Was da drin ist? Einmal ein Omega-3-Pflanzenöl, das Konzentrat in der großen 1 Liter Flasche, das Konzentrat in der 1,5 Liter Flasche, dann haben wir hier Flohsamenschalen, wir haben ein paar Becher, dann haben wir noch Take-Away-Katzeln und einen Kugelschreiber sowie einen Lippenpflegestift. Entschuldigung. Ja, wie ihr das gewinnen könnt, ganz einfach. Einfach unten in die Kommentare hineinkommentieren, dass ihr gewinnen wollt. Und was genau das alles ist, das verlinke ich euch auch in der Infobox. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Gewinnspiel. Wir sind Monaco Deluxe und du kannst uns abonnieren. Sehr schön, dass du eines unserer Videos angeschaut hast, hier auf YouTube. Wenn du uns noch nicht kennst, Monaco Deluxe ist der Kanal auf YouTube, der dir München zeigt. Am roten Teppich, mit den Stars, auf den Special Events, neue Öffnungen oder den Blick hinter den Kulissen. Verpasse keine weitere Folge von deiner Lieblingsstadt.